Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Diesen Zauberkugel, ich weiß nicht, kennt ihr zufällig die Mini-Playback-Show, ja? Die Mini-Playback-Show, für die, die es nicht kennen, die vielleicht noch zu jung sind dafür. Es kamen kleine, verschichtete Kinder, die wurden in so einem Kugel gesteckt, ja, Nila und dem Wohl redet irgendwas und nach zwei Sekunden gefühlt kommt sie raus als Klick. Klick. Neuer Kerl. Natürlich. Hat sie einen schönen Vogel angekommen, die sie im Jahr hübsch gemacht. Und was passiert in dieser Zauberkugel? Das passiert mit meinen kleinen Zauberkugeln aus dem Wohl. Okay. Damit mache ich also meine Forschung. Und man kriegt dann immer so ganz, ganz tollen Blatt, ja? Da hat man dann irgendwie Sachen, wie, ähm, hier ist so wenig bis nichts, da ist eigentlich Rates drin. Hier ist schon besser und da oben ich jetzt nicht rankomme, da ist jede Menge, jede Menge ist immer gut, weil viel, viel, viel. Ja? Und dann haben wir hier, also wenn du jetzt davor sitzt und du überhaupt dein Ergebnis erwartest, dann ist das hier noch zu früh, da kannst du mal einen Kaffee holen oder irgendwie einen Smati essen. Und dann, hier passiert schon was, meistens, hoffentlich. Da haben wir noch drauf. Und dann hinten, wenn da nichts passiert ist, ist sowieso alles zum Schluss, dann kannst du direkt wegwerfen die ganze Sache. Mit so Klick. Ja. Also, das ist im Endeffekt das, was ich mache. Wir haben hier Mariah Carey, das sind die, die es geschafft haben, verwandelt zu werden in der Zauberkugel. Klick. Dann haben wir irgendwie noch so ein paar Freunde, die irgendwie so share werden wollen, warum auch immer. Und ein paar Dollar. Und wenn sie sich jetzt fragen, ja was ist hier los, was ist das für ein riesengroßer, bei jeder Menge, was ist das für ein Ausschlag? Klick. Das könnte man jetzt mal ein Ergebnis werden in der Masterarbeit, es ist irgendwie nicht viel passiert. Ich habe jede Menge traurige Kinder, kein Star, es ist die Laborarbeit. Und dann haben wir, natürlich haben wir einen Verdacht, natürlich muss die Kugel kaputt sein. Ja, das ist ja klar, das ist das Sinnlichste. Das heißt, irgendwas hat nicht funktioniert. Warum sind da jetzt keine Stars, warum sind die Kinder alle noch hinter der Kugel und wollen irgendwie noch ran? Ja. Klick. Das liegt zum einen daran, eventuell, dass die eventuell einfach, als die zusammengebassen von den Mottenkugeln, dass die irgendwie, die haben die zu hoch gemacht, oder so gefetscht, und irgendwie passt das Kind da nicht rein, das ist verkehrend und kommt nicht mehr raus, und dann ist da irgendwie total Panik und die Mütter lassen uns. So. Klick. Oder aber, die ist direkt vom Berg aus, kaputt liefert worden. Der Kind ist nicht, ne? Also, du packst das auf, du hörst, du hörst, du hörst, du hörst. Und das kann natürlich auch sein, dann passiert natürlich auch nichts, weil irgendwie, ist ja logisch, ne, was, wenn die Zauberkugel kaputt ist, passiert nichts. Klick. Oder aber. Die ist eigentlich gar nicht da, um kleine, dicke Kinder zu verwandeln. Also, die sagen sich, Junge, du kannst noch so viele Kinder in mich reinstecken, ich werde sie trotzdem waschen, scheuern und trocken, weil ich eigentlich überhaupt nicht dafür gemacht habe. Ich bin eigentlich eine Waschmaschine, Junge, das musst du doch sehen. Klick. Oder aber ganz am Anfang in der Produktion, das hat irgendwie versagt. Zum Beispiel der Chef hat gesagt, ja klar, finde ich das, ne? Ja, ich finde Sinn. Hat aber eigentlich keine Ahnung, was er da machen soll. Gibt seine, keine Ahnung zu seinem dummen Mitarbeiter, der sich natürlich auch nicht besser macht. Das ist es ja. Und dann klick. Wir haben die Vermutung, weswegen ich keine Stars habe, ja, das ist eventuell nicht das, was ich hier bei den tollen Kindern umwandeln, sondern eigentlich lieber waschen möchte. Klick. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Thema. Metabolisierung von Fettsäuren. Durch das Enzyme Zyp 35 hat meine ich nicht mal tun. Und zwar wird es elegant, die dummige Explosive und chemische Charakterisierung. Ihr wisst jetzt alle, was ich meine, oder? Also, das ist ganz wachsätzlich. Aber für die, die vielleicht irgendwie zwischen sich ein Gier holen wollen oder so, gehen wir nochmal durch. Klick. Metabolisierung. Und das ist das, was in der Mini-Plebe-Kugel passiert. Kinder gehen rein, das kommt raus. Klick. Konfettsäuren. Und das sind unsere Kinder. Und klick. Da haben wir auch schon die Mini-Kugel. Das ist unser Enzym. Das, was eigentlich die Fettsäuren umwandeln soll. Ja? Wo mein ganzes Herz gut dran kleben, dass die einfach nicht das macht, was es soll. Klick. Das ist unser Wurm. Ja? Aus dem hole ich die raus. Das ist ja noch geht's in den Herzen. Das ist ein wunderschöner kleiner Wurm. Und ich habe bestimmt 50 Millionen Quadriere unter den Mund umgebracht. Klick. Heterologe Explosive ist das, was die beiden von Luft gemacht haben. Ja? Die haben mir dieses Enzym zu 35435 hergestellt. Klick. Und das wollte ich eigentlich machen, wenn es funktioniert hätte. Ähm. Tut es aber nicht. Aber ich habe es euch trotzdem erzählt. Und ich danke viel, 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 vielmals für die Aufmerksamkeit. Ops. generosity. Applaus Ops. Genau. Ey. 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 Ey.